ein paar Mädchen ist sehr und da ist das Winterzauber event 2012 in Farmerama gestartet und wir sind der gleiche mal in der noch ungeschmückten Stadt und so sind wir hier wieder auf unseren Weltplatz diese ist nur mit ihren hier ich glaube fast zu behaupten ich weiß überhaupt nicht dass das gleiche im vergangenen Jahr ich weiß auch nicht aber wisst ihr jetzt hier ich glaube fast das gleiche wie im vergangenen Jahr bin mir aber nicht sicher und wenn wir draufklicken würden öffnet sich gleich das Fenster leise rieselt der Schnee es wird Zeit die Stadt festlich zu schmücken gemeinsam macht dekorieren noch mehr Spaß und so wird es gemacht und das gucken wir uns jetzt an und zwar gehen wir mal zu FAQ natürlich bei Farmerama Book FAQ zum Winterzauber-Event ist natürlich in der Videobeschreibung der Link damit ihr euch alles in Ruhe nachlesen könnt also vom 6.12. sprich von heute beginnt circa 15 Uhr pünktlich gestartet bis zum 11.12. das war das nur 12 findestes Winterzauber-Event starte sind also da müsste eine Woche jetzt hier sein und ab Level 2 könnte wieder am Event teilnehmen was wir tun müssen zwar hilft mit den jenen mit Einzelnen mit die Stadt immer weihnachtliche bis dann mit Verlehnung die Gemeinschaftsaufgabe immer weihnachtliche ganze Stadt sprich mit die geht mit diese Gemeinschaftsaufgabe hier die diese her unten ist können wir helfen dass unsere Stadt geschmückt wird hier sehen wir schon den Prozent Christbaum Tannenbaum hier und sie müssen schmücken und zwar mit dem wir gemeinsam alle abliefern hier und da freue ich mich schon richtig drauf in die Stadt den geschmückt wird sie wieder richtig Klasse aus dem Geld hier das sieht schon richtig dass er sich nicht ganz lustig hier mit den Hauben die hier auf haben also das merkt man schon und hier auch reizig das ist auch leicht verändert worden zu positiven hier also richtig schauen wir weiter und zwar müssen für müssen wir für dieses Event Schneerosen anpflanzen und das ist die Eventpflanze und Anfang Event bekommt wieder jeder zehn Stück ich habe noch nicht geerntet und die Schneerose 1 Opfer ich jetzt hier ist dieses hier der eine Reifezeit von sechs Stunden von sechs Stunden also ähm ja gab es auch noch nie acht Stunden gab es schon drei vier zwei vielleicht auch mal aber sechs Stunden gab es noch nie das erste Mal und bringt davon dieser von zwei zweifel fällt wie ein 40p bringen die Akkategorie Eventpflanze und sie ist anpflanzbar nur auf dem Hauptacker hier Hauptacker und auf der wilden Wiese sprich nur auf diesen beiden Feldern und sonst geht sie auch leicht verändert aber dafür haben wir bekommen wir ja machen gleich ein zusätzlichen Diamant Slot Steckplatz bekommen den wir hier nicht finden aber ich äh kann es demonstrieren denn ich aktiviere mal eine Kürbismarmelade ja ich habe jetzt kurz Pause gemacht und es hat zwar einen Grund denn ich hatte keine Kürbismarmelade in meiner Scheune jetzt wollte ich kurz schneller am Markt laufen und schnell eine kaufen ja 60.000 Moospenne gehe ich ganz selektiv macht und nur ein Angebot und das wird auch gleich wieder weg sein also fast null Angebote hier gleich einmal event beginnt wie sieht es bei koroten Apfelstätten aus die sind beruhigt würde ich mal sagen knapp 100.000 hier auch die Stadt hier das ist ja auch wenn es ein Wunscher wie gesagt dass sie sich stehen geblieben und zwar gibt zwar gibt es eine weiteren Diamant Slot wurde während des Lebens aktiviert und das hat sie jetzt können wir folgendermaßen machen jetzt hat sie mir noch hier eventuell man nur während des Events da noch 11 Stunden 44 minuten ich jetzt ausrechnen nämlich ist gerade 15 16 mehr um ja Netterheit sind und jetzt können wir Karotten Apfelschatten hier und die Kürbismarmelade gleichzeitig aktivieren was bedeuten wird das wird bloß drei Ertrag bekommen würden also das natürlich sehr schön super nett nicht mehr starken passt um von Big Point also definitiv gut weil letztens gab sie mal schon Silber Slot der dafür was der war ich meine es gibt unendlich Silber Slot hier wieso hat man da noch ein eingebaut ist wirklich für nichts muss ich ganz ehrlich sagen aber hier mit der Demand ist definitiv sehr gut gehen wir weiter bei der FQ und zwar würden jetzt hier eure Eventpflanzen unter fünf Stück fallen es werden sie nicht sich die vier Stunden wieder fünf aufgestockt ist jetzt mal noch 4 1 halb Stunden es gibt nur noch 4 auch nicht schlecht wie ich sagen und nach dem Wendt wird die Schneerose die Wendt Pflanzen wie das den Spiel entfährt und da hat dann auch folgende Umtauschwerte Prozent funktioniert es nicht und zwar für jede Schneerose wird es die dann eine P bekommen dann gibt es nicht nur eine Wendt Pflanze sondern wir müssen auch wieder etwas trocken lassen und zwar ist diesmal der Mistelzweig Mistelzweig kennen wir unter der Liebe und unter Kuss unter dem Mistelzweig für ewige Liebe oder wie das ging ich weiß auch nicht ganz genau ja wenn er genau ist wie es gibt es an Prozent der König umgezogen ich habe mein Geruchte wieder gemacht und die Wiest Mistelzweig das hat sich bewahrheitet und wenn der Schneerose dachte ich mal ist Christus wurde erweckt welche Pflanzen geblieben nur andere Name und habe ich jetzt hier kurz auch angebaut und das ist richtig Klasse aus und mal gucken also sieht sehr gut ist wenn wir draufklatschen ist richtig dass es ja weihnachtlich gemacht ist das sind gefällt mir sehr die Wendt Pflanze Wunderschön Mistelzweig auch eine tolle Idee dann habt ihr auch die Möglichkeit natürlich diese Mistelzweige einerseits an eure Nachbarn zu verschenken und das ist so geschenke Mistelzweig Mistelzweig das 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 fällt natürlich jetzt hier war ja klar werden wir hier wieder rausgeworfen glaube ich wurde letztendlich öfters mal jetzt hier ein paar mal rausgekickt die Zielerwitz war es ja vor der längere Zeit nicht mehr nun geschluckt geht er schnell Normalfall also wo er steht geblieben und das ist so geschenke müssen seine Achtung dass es nicht passiert ach jetzt ist funktioniert oder ihr könnt sie natürlich fünf Verschiebten mit der Rune 7 und ihr kauft sie beim Shopping Center unter Saisonartikel für die gewohnten Preise für ein Mistelzweig für 2 Topgolten für 85 Topgolten würde der 50 Mistelzweige bekommen für 150 Topgolten 100 Mistelzweig und für 200 Topgolten 150 Mistelzweige ist auch klar desto mehr desto höhere Anzahl ihr kauft desto Rabatt würde ich mal sagen desto mehr bekommt ihr dafür wie sich ausrechnen würde jetzt hier sagen wir mal 150 Mistelzweig und dafür kaufe ich immer nur eins mit 100 geht es nicht dann machen wir einfach hier wenn ich 100 kaufe würde ich nur 150 Topgolten kaufen aber wenn ich es einzeln kaufen würde würden es 200 sein aber ich kaufe es natürlich nicht dann habt ihr euch die Möglichkeit zwei Eventkörper wieder zuzulegen und das wäre einerseits der Wintermärchenkorb findet ihr auch hier unter Saisonartikel oder auch bei den US-Level 83 müssen den Ball um bei Sälen den Winterzauberkorb wenn ihr kaufen drücken wird wird sich dies aufhören da würde beinhalten 200 Schneerosen und 20 Mistelzweige und 50 Superdünger und kostet 1 90 glaube ich zu wissen müsste 1 90 ja 90 oder 10 Euro glaube ich gucken wir mal nach zur Sicherheit 10 Euro ein Wintermärchenkorb der würde beinhalten und 1000 Schneerosen ein Karotten Apfelschatten 150 Mistelzweige und 100 Superdünger wenn ihr Lust dazu habt ich habe noch nie einen Eventkorb gekauft ich brauche das auch nicht nach dem Event wird dann jeder Mistelzweig für 5 EP und 5 MP umgetauscht und trocken die Mistelzweige sie trocken überall sehr außer auf und sie hatten natürlich beim Handwerk und auf der Wunder an der Sonstruppe überall Apparaten bucht und der Login-Bonnese natürlich auch nicht ist egal was müssen abgärten aber sonst truppen sie überall Nelchen Backzimpläge was dann gibt es zwar für euch zwei individuelle aufgaben die alle alleine bestreiten müsst sprich nur für uns und diese werden wenn wir auf den Windplatz klicken sind wir hier diese zwei auftritt ein Fortschritt heißt es und habe ersetzt diese Möglichkeit hier zu füllen um das ist schon jetzt hier wenn ihr hier drauf kriegen würden wir uns gewinnt sehen dafür würden wir einen Winterzaubersticker 2012 drei Sternchen und in meinem Fall glaube ich 16.600 EP aber das ist glaube ich levelabhängig bekommen der Sticker wo ist der Sticker die gar nicht hier hier ist der Sticker das sieht so aus auch ganz nice ich finde die ein bisschen umpassen muss ich ganz ehrlich sagen hier beim Eitel dann aber da kommen wir gleich noch mal dazu ist auch aber noch gut und zwar müsste was der Wert geben für diesen eine Aufgabe und zwar 25 Äpfel wenn ich es hier abgeben würde unten würde auch die Belohnungen sehen wenn ihr draufbleiben würde wenn ich diese 25 abgeben würde müsste hier ein bisschen weiter gehen eigentlich Fortschritt ein bisschen weiter noch dazu 2500 Schneerosen und 175 Mistelzweige das wäre die eine Aufgabe dafür würdet ihr ein Sticker EP Ständchen bekommen oder die zweite Aufgabe wofür ihr eine Wolkenwunderrankenreihe von dem Winterzauber Event bekommen würdet und wie viel Ständchen? 5 Ständchen dafür müsst ihr abgeben 4.000 Schneerosen 275 Mistelzweige und 40 weil es die 40 waren sie gar nicht gleich abgeben also wie viel Event Pflanzen müsste sie anpflanzen um für euch das zu schaffen und zwar sind das wie viele haben wir hier mit 2.500 hier und 4.000 sprich 6.500 Event Pflanzen auf zwei Feldern verteilt für sieben Tage Plus ein Slop mehr also das ich denke mal das ist gut schaffbar das ist eigentlich ein leichteres Event würde ich jetzt mal sagen hier im Vergleich zu wenn du denkst was man schon gehabt hat hier sagt nur ein Stichwort Oxcavent wie viel man da gebraucht hatte also das ich denke mal ein Event das jeder schaffen kann was auch gut ist natürlich für die Kleineren weil Waldpflichtung sagen wir mal du hast sie auch frei also du hast sie zur Verfügung aber für mich musst du dann mehr abgeben manche haben noch nicht alles freigestaltet und der gleiche ist bei Bahama also sehr gut denke ich mal für die die nicht so weit sind auch gut schaffbar wie viele Mistelzweige muss man jetzt hier abgeben ich glaube 450 sind das zusammengerechnet ich bin mir aber nicht sicher also auch durch ist gut schaffbar 525 noch und 40 Walnüsse dann ja aber ich eigentlich schon gut erklärt hier aber hier wie ich euch auch noch kaufen können um die sind die Spiegel sind die Schraube Minus die Wolkenwunder Ranken Linie ist die Köln schon gezeigt die Würde bringen hier weil es ja nur ein 1 gibt dachte sich die Konten mal da machen wir mal einfach nur nur jetzt hier so eine Wunder Ranken Reihe wir raus setzen können erscheinend was ihr wollt wo wohl Lust habt das ist ja richtig klasse endlich hier eine zehnmal einer Wolkenreihe hier 1 2 3 4 4 7 wo einfach eine Fälle darauf klatschen können die würde alle 36 Stunden und 35 das ist immer noch ein Leben bringen ich rede nur aus wie viel das für mich wäre um ja das wäre für mich dann 2905 Prozent der Bühne seiner Sankt ich habe total und die Füchte wird sie im Vergleich zu anderen event rein aber es ist jetzt hier so gesagt eigentlich keine Eventreihe schon in dem Sinn aber nicht dass man hier reinklatschen kann was man will sprich du kannst einfach zehn Fassertanks drauf knallen und würdest nur alle 36 Stunden dafür ordentlich EP einsacken also das ist schon positiv ist und jetzt gehen wir noch weiter so oft die Gemeinschaftsaufgabe bis jetzt haben wir 1 und das ist die Gemeinschaftsaufgabe und zwar sie wie hier den Fortschritt alle Spieler spricht er machen alle da wenn sie mit ihr könnt ihr noch ich habe kurz aber gleiche kommen zu müssen so eingetroffen es läuft folgendermaßen ab und so sind die einzelnen Aufgaben für die erste hier mit der Schaffung mit mir nicht dass sie bekommen fünfzehnten Ständchen der Aufland dann würden wir einfach nur draufklicken 15 Sublinger 15 Süßes Subling und zwei Ständchen bei der vorletzten noch 15 Superfutter sehr nice 60 Stunden Erdelfe auch sehr schön besonders für mich ich habe keine Erdelfe und drei Sternchen und bei der letzten Aufgabe sprich wenn wir alles schaffen würden dann würden wir das Alten bekommen zwar zum Himmel hoch noch fünf Sternchen und 29.50 EP ich glaube auch dass das Leben abhängig das Alten ist diese hier ähm hier ganz witzig da ist zum Himmel hoch und das ist einfach dann Weihnachtsengel ein Bier als Weihnachtsengel er hat für mich ein bisschen umpassend bringt alle zehn Stunden 6,5 EP mal ein Level was in mein Fall 539,5 wenn ich mich nicht verrechnet habe aber sie sehen wie das ist ja das ist schon zum Beispiel eigentlich aber natürlich auf ein zweimal eine Welt spricht es werden 250 hier gesehen aber guter Seiten ich finde es nicht schön ich finde es nicht schön ich muss ganz ehrlich sagen ich finde es nicht schön aber jeder wie er will würde ich sagen dann können nur Eventpflanzen und Eventrops in die Gemeinschaft Aufgabe abgegeben werden hierfür werden dann ausgerechnet Schneerose 1,5 Muspenny pro Stück Gegenwert Müsselzweig 10 Muspenny pro Stück was heißt es jetzt hier auf Deutsch klärt hier gibt er ab und dann würde die jetzt hier wenn ihr einzahlen klickt öffnet sich das und bei sonstigen seht ihr eure Müsselzweige würde ich jetzt hier könnt ihr eingeben wieviel ihr abgeben würde ich ein Müsselzweig ergriffen würde ich dafür 20 EP bekommen ne mp Muspenny und für eine Schneerose 1,5 MP würdet ihr dafür zusätzlich noch bekommen auch ganz leise hier seht ihr den Fortschritt wie viel man noch benötigt oder auch hier ja die Gnade Prozent Viertelstunde jetzt hier nach dem Endbeginn wenn man nicht gleich fertig so haben wir sieben Tage Zeit sie genug Zeit dann in vier Stufen wird stattdessen in Weihnachtlichen ganze Strahlen sprich haben wir nur bis hier wird so ein bisschen bis hier wie mehr 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 bis wunderschön ganz das hilft alle mit in die Gemeinschaft aufgabe zu bewältigen viel Spaß hier habe ich glaube ich noch was vergessen zwei Schneerose ja die Röse 6.050 500 Stück äh was ist das denn das hat er äh ah ah jetzt jetzt gewiss also jede Einzahlung von euch in die individuelle Aufgabe sprich was ihr hier einzahlt okay wir besitzen äh die werden auch in die Gemeinschaftsgabe einfließen also für je für 6.500 Stück jetzt hier sprich wenn wir alles abgeben würden für Schneerosen dann würden 9 2.750 Moospenny bekommen oder wie oder einfließen hier in die Gemeinschaftsaufgabe okay das ist alles zusammengerechnet dafür kann jeder von euch 18.500 Moospenny in die Gemeinschaftsgabe einzahlen indem er seine Einzelaufgaben erfüllt wir einzeln dann gibt es keine Moospenny da die in die Gemeinschaftsgabe abfließen sprich jetzt hier wenn ich hier meine individuell in meiner eigenen ist abgeben wird es auch ein bisschen eingerechnet hier auf die große auch so schön hilft uns definitiv auch weiter also das ist jetzt erwähnt jetzt hier mehr oder weniger erklärt ist dauert hat jetzt ein bisschen gedauert aber sie nicht ganz eigentlich schon ein bisschen klar wie ich hoffe euch ist es klarer wie werde ich vorgängig werde natürlich jetzt hier versuchen natürlich mal das jetzt zu schaffen und das werde ich denke mal auf jeden Fall schaffen sieben Tagen und dann guck ich mal für die Gemeinschaftsaufgabe wie weit wir da sind ich hoffe natürlich wir schafft das item ich will jeder haben ist ja ganz klar auch wenn sie sie wenn es mir nicht so gefällt wie gefällt durch das item schreibt es mal durch die Comics wie gesagt finde ich wunderschön die Wendtflanzer finde ich ebenfalls wunderschön schade das hier aus den Spielen fährt wieder bei Schneegrose dann im Sommer am Platz kommt auch ein bisschen blöd über dich sagen aber nur gut also ich werde hier natürlich als große Felder bis ich dann auf kleine umsteigen kann mit Kürbismarmelade vielleicht auch mit roten Apfelschotten und Tropfen würde ich natürlich auch lassen also ich gebe das ich hoffe ihr zahlt mit in die Gemeinschaftsgabe ihr helft mit die Stadt muss schöner werden Leute zahlt ein und ich würde mich und ich denke wir können uns freuen denn auf eine wunderschöne Stadt soweit wir es auch schaffen werden ich bin gespannt wie der Weihnachtsbaum oder hier außen wird da bin ich gespannt also gucken wir mal wie gefällt euch das Event und macht überhaupt natürlich mit ich hoffe ihr macht mit ich hoffe ihr macht bei den Gemeinschaftsaufgaben mit mir gefällt es jetzt hier ja wie gefällt es mir mir gefällt es nicht schlecht denn einerseits ist es von der Wendtflanz jetzt definitiv weniger geworden Drops auch gut schafft weil es ist auf jeden Fall schaffbar schade dass man kein einzelnes item spielen kann finde ich ein bisschen schade aber mal gucken mir gefällt es mit dem Wundranktier mit den neuen jetzt hier was man raufstellen kann was man will komm ich einfach passt dann darauf schon sehr gut kann man eigentlich theoretisch keinen Verlust machen also eure Meinung ist gefragt wie findet ihr das event schreibt es unter die Comics und damit sehen wir uns bestimmt das nächste Mal wieder und wenn nicht dann irgendwann mal gucken